Hey Leute, mein Name ist Vincent Weiss. Ja, im Feuerwerk geht es darum, einfach mal seine Pflichten auch mal lieben lassen zu können und einfach mal das mal wieder machen zu können, worauf man Bock hat. Einfach mal wieder spontan sein, mal wieder sich frei fühlen, rausfahren, einfach das erleben, was man gerade machen möchte und nicht den ganzen Tag an seinem Handy hängen. Das machen, was einem gesagt wird, sondern einfach mal wieder leben. Meine Musik in drei Worten ist jung, brutal und bosshaft. Ich glaube eines meiner besten Konzerte, auf dem ich jemals war, war auch eines der ersten, auf dem ich jemals war. Das war nämlich von Casper. Das war in Lübeck, in meiner Heimatstadt, in Rydas. Das ist ein ganz kleiner Laden und ich glaube, da passen 300 Leute rein oder so. Und ja, da war er auch noch genauso groß und die Energie war trotzdem, als wenn man mit 100.000 Leuten da steht. Das war richtig geil. Schaut euch jetzt das Video zu meinem neuen Single Feuerwerk an, auf dem YouTube-Kanal von Dickster Pop. Dieser Augenblick kommt nie zurück lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk Diese ganze Welt kann uns gehören. Oh Oh